Musik Und wie gibt es das Auslösweise heute nicht hier, sondern bei YouTube? Am besten seht ihr auf die nationaler Hamburg Webseite und dann gibt es den direkten Link von YouTube Video oder ihr geht zu YouTube und geht bei YouTube NNH1920 ein. Das war's für heute. Musik Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein. So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach nach dem ersten Moment der Verliebtheit so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Is Was Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung. Is Was Dog mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Das war's für immer wieder.